Kaufe eine Schroflinte von Ash Williams ist einer der neuen Fortnite Alptom Aufträge und wie die Aufgabe schon sagt, müssen wir hier eine Schroflinte kaufen und das von einem neuen Charakter und zwar dem Ash Williams. Den gibt es jetzt hier links neben Realty Tree bei dem Gebäude. Seitdem der neuen Event kann man ihn hier auf jeden Fall finden. Man muss aber hier auch direkt sagen, man kann das Ganze nicht in der Gruppenkeile machen, weil dort spawnt der Charakter nicht. Das heißt, geht einfach mal in eine Solo-Runde, da sollte das relativ schnell gehen. Und wenn ihr hier landet, werdet ihr auch gleich schon merken, dass hier auf jeden Fall einige Zombies auch unterwegs sind. Aber hier steht auf jeden Fall der Ash Williams, zu dem könnt ihr dann einfach reden und dort kann man dann einmal Shotgun-Patronen holen und auch direkt die Hebel-Schroflinte. Für 250 Gold kann man sich hier kaufen und dann hat man den Auftrag abgeschlossen. Wie gesagt, rennen hier meistens auch sehr viele Zombies rum und hier sind noch ab und an ein paar Spieler gewesen. Versucht also am besten ganz schnell durch die Tür zu rennen, die Shotgun zu kaufen und dann seid ihr damit fertig. Der Ort ist dann ganz genau hier neben Realty Tree und das war es eigentlich auch schon zum Auftrag und wie gesagt, hier sind einige Leute ab und an mal. Das sind die Uhr bewusst.